Diese Frau stieg mitten auf der Kreuzung aus und rannte einem Auto hinterher. Und der Grund wird dich schockieren! Sobald die Ampel auf grün umsprang, bog dieses Auto unerwartet nach links in die belebte Kreuzung ab und brachte andere Fahrer zur Raserei, da es ihre Verkehrsspur blockierte. Doch nachdem eine zufällige Frau diesen Vorfall beobachtet hatte, stieg sie schnell aus ihrem Auto aus und rannte zu dem fahrenden Fahrzeug, winkte mit den Händen, um andere Autos zum Anhalten zu bewegen, als ob sie spürte, dass etwas ernsthaft falsch wäre. Zu ihrer Überraschung fand sie die Dame hinter dem Lenkrad bewusstlos über dem Lenkrad hängend, aufgrund ihres plötzlichen medizinischen Zwischenfalls. Ohne zu zögern versuchte unsere tapfere Frau, das fahrende Auto alleine zu stoppen, aber es war unmöglich. Während sie verzweifelt um Hilfe schrie, erschien eine Gruppe völlig Fremder aus dem Nichts, um ihr zu helfen, das Auto zum Stillstand zu bringen. Gemeinsam brachten sie die bewusstlose Dame schnell in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Leben der Dame wurde gerettet und all diese Menschen wurden später von der örtlichen Polizei als Helden der Stadt geehrt. Wenn du das Gleiche getan hättest, abonniere!